Was war nochmal der Hauptunterschied zwischen Mikroökonomie und Makroökonomie? Bei der Mikroökonomie versuchen wir einzelne Akteure, bei uns waren das dann eben Haushalte und Unternehmen, zu betrachten. Und bei der Makroökonomie betrachten wir die ganze Volkswirtschaft und volkswirtschaftliche Aggregate. Das heißt, es ginge gar nicht, die Inflation einzeln zu betrachten. Es ist ja ein Durchschnittswert, also nicht mehr die einzelnen Preise, sondern der Durchschnittspreis für die gesamte Volkswirtschaft. Und diese Makroaggregate, Inflation, Arbeitslosigkeit für die gesamte Volkswirtschaft, Wachstum und dergleichen, das macht natürlich nur aus einer komplett anderen Perspektive, dieser Vogelperspektive, dieser Makrosicht Sinn. Und wichtig ist, vielleicht erstmal zu unterscheiden zwischen den unterschiedlichen Konzepten, die es eben so gibt in der VWL, über die gesamte Volkswirtschaft nachzudenken und die unterscheiden sich hauptsächlich in den Fristen. Also was wir heute machen werden, die ganze Zeit, bis auf den kurzen Anfang, ist eigentlich die kurzfristige Betrachtung. Kurze Frist. Wir hätten auch, und das machen wir in den ersten 15 Minuten, die lange Frist betrachten können. Und die Herangehensweise ist doch sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also kurzfristig interessiert uns, warum ist es denn so, dass über den Zeitverlauf es vielleicht so etwas bei der Entwicklung, sagen wir des Wohlstandes, also des realen Bruttoinlandsproduktes, wie einen langfristigen Pfad gibt. Der interessiert uns dann bei der langfristigen Betrachtung. Aber in Wirklichkeit sind wir doch dauernd weit weg oder etwas weg von diesem langfristigen Pfad. Also es gibt einen Boom und eine Krise und dann vielleicht mal einen längeren Boom, Krise und so weiter. Und diese Schwankungen, warum wir nicht die ganze Zeit permanent mit diesem Trend hier langfristig wachsen, sondern warum wir uns teilweise im Boom und dann wieder in der Krise befinden, also diese Schwankungen, um die zu erklären, dann haben wir ein ganz anderes Instrumentarium für die kurze Frist und das ist hauptsächlich das, was sich eben durchgesetzt hat und wir werden auch lernen, warum es sich durchgesetzt hat in der VWL. Also wenn ihr in die Einführungslehrbücher guckt, immer das sogenannte ISLM-Modell, welches wir heute und nächstes Mal besprechen und als zweites angefügt an dieses Modell das sogenannte ASAD-Modell. Und wir wollen versuchen, nicht nur diese beiden Modelle zu verstehen, sondern auch nachzuvollziehen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass wenn ihr heute ein Lehrbuch aufschlagt, kurze Frist, Makro, findet ihr genau das und alle Studenten müssen das eben nach wie vor lernen. So, die lange Frist ist komplett anders und langfristig geht es hier um diesen Trend, um diesen Trendwachstum. Also lange Frist bedeutet eigentlich Wachstumstheorie und zwar langfristiges Wachstum. Und weil wir schon eine sehr genaue Vorstellung von Produktion haben, ist es doch angenehm, dass das Hauptmodell zur Erklärung des langfristigen Wachstums von uns eigentlich schon, ich werde es gleich machen, komplett nachvollzogen werden kann. Das sogenannte SOLO-Modell, also SOLO hat das in den 50er Jahren entwickelt und dieses SOLO-Modell verstehen wir eigentlich schon durch unsere Produktionsfunktion. Also die Standardproduktionsfunktion, bei der wir gesagt haben, ja gut, der Output wird eine Funktion sein des eingesetzten Kapitals und der eingesetzten Arbeit, multiplikativ verknüpft und weil wir abnehmende Grenzerträge haben wollten, hatten wir dann eben hier noch einen Exponenten kleiner 1, nennen wir ihn Alpha und hier vielleicht 1 minus Alpha, also auch einen Exponenten kleiner 1. Also mit dieser einfachen Produktionsfunktion, die jetzt nicht nur für eine einzelne Firma, sondern für ein ganzes Land gelten soll, können wir dieses SOLO-Modell schon hinreichend verstehen oder den Grundgedanken von diesem SOLO-Modell schon hinreichend verstehen. Und genau das werden wir jetzt tun.